Ach ja? Nun, bevor er durch die Tür spaziert kam, hatte ich gar keinen Bruder. Und wenn er mir nicht von Nutzen ist, kann er gleich wieder gehen. Nun, das hat er jetzt. Und was habe ich davon? Nichts. Außer er sorgt dafür, dass diese Familie so lebt, wie sie es verdient hat. Ich könnte ihr vermutlich ein wenig Geld geben. Für meine Nichten und Neffen. 15 Sovereigns? Darf ich ihr so viel geben? Hier, Goldana. Nimm dieses Geld. Ich weiß, es ist nicht viel, aber... Was? Da marschiert ein Prinz mit Prunkrüstung und so hier rein und bietet mir nicht mehr an? Du hältst mich wohl für bescheuert? Nein, warte. Überhaupt nicht. Ich will ja helfen, wenn ich kann. Du willst helfen? Dann geh zu den hochstehenden Persönlichkeiten, die du so kennst und sag ihnen, dass du Nichten und Neffen hast, die nicht so leben, wie es ihnen eigentlich zusteht. Ja, sieht so aus. Dann will ich dir etwas versprechen, Goldana. Ich werde tun, was ich kann. Mit jedem Reden, den ich kenne, damit für dich und deine Kinder gesorgt ist. Hm. Das klingt ja schön und gut, aber du musst schon verzeihen, dass mir nicht gleich der Atem wegbleibt. Mein Versprechen steht. Mehr kann ich dir nicht geben. Ich... Gehen wir. Ich will hier weg. Leb wohl, Schwester. Nun, das war... Nicht das, was ich erwartet hatte. Vorsichtig ausgedrückt. Ich werde mein Versprechen wohl halten, aber... Ist das die Familie, über die ich mir mein Leben lang Gedanken gemacht habe? Ich kann es kaum glauben. Ich dachte wohl, sie akzeptiert mich ohne großes Nachfragen. Dafür ist eine Familie doch da, oder? Ich fühle mich wie der letzte Idiot. Wer denn? Der Einzige, dem etwas an mir lag, war Duncan. Und der ist nicht mehr. Ich danke euch. Ich bin froh, dass ihr dabei wart. Lasst uns gehen. Ich will nicht länger darüber reden. Hallo, ihr da, Wächter. Ich bin ein Freund. Ich habe gehört, ihr schlagt euch wacker gegen Loghain und Hau, was? Das ist gut. Der Erbauer möge auf all diese arroganten, adeligen Bastarde spucken. Ich habe außerdem gehört, ihr hättet besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten der Straße, könnte man sagen. Hier wird euch niemand verurteilen. Ich möchte euch helfen. Man hat einigen der Wachen ein Bild von euch gezeigt. Dabei habe ich es geschafft, selbst einen Blick darauf zu werfen. Mein Name ist Slim Coldrey. Und falls ihr schon von mir gehört habt, habe ich meine Arbeit vermutlich schlampig gemacht. Ich höre viele Dinge. Und für diejenigen, die bestimmte lästige Gesetze für reine Schikane halten, gibt es hier einige reife Früchte zu ernten. Ich kann euch den Weg zeigen. Alles, worum ich bitte, ist ein kleiner Anteil für mich. Natürlich. Aber falls ihr nicht jeden dreckigen Bastard da draußen ausrauben wollt, meinen Respekt übrigens, falls das euer Plan war, dann könnt ihr nicht wissen, welches die reifsten und süßesten Früchte sind, was? Ja, ich weiß. Früchte-Metaphern sind anstrengend. Aber eine gute Gelegenheit sollte euch eine kleine Abgabe im Voraus wert sein. Mein Anteil dient einem guten Zweck. Er geht an die Armen, meine Familie. Ich habe 15 Väter. 15? Könnt ihr euch das vorstellen? Mein Onkel scheint wirklich immer bereit zu sein. Das ist eine Un... Nun, einem meiner Freunde sind eure Fähigkeiten aufgefallen. Das war wirklich gute Arbeit, von außergewöhnlicher Qualität, wenn ich das sagen darf. Allerdings muss ich wissen, was ihr sonst noch könnt. Rempelt ihr Leute an, um sie zu bestehlen? Verschmelzt ihr häufig mit den Schatten? Unterschiedliche Begabung für unterschiedliche Gelegenheiten, wisst ihr? Oh, ihr seid also vielseitig talentiert? So jemandem begegnet man hier nicht besonders oft. Dass die Wachen euch hängen oder aufspießen, wenn sie euch fassen, macht es interessant, diese Fähigkeiten zu verbessern. Jetzt, wo das geklärt wäre, stellt eure Fragen. Eine Sache noch. Ich mag kein Blut vergießen. Nennt mich altmodisch. Aber der Erbauer sagt, man soll niemanden erwürgen, enthaupten oder sonst irgendwas, wenn der andere es nicht darauf anlegt. Was? Ich weiß, dass ihr manchmal einfach tut, was ihr tun müsst. Aber haltet euch bitte zurück. In Ordnung? Also, woran seid ihr interessiert? Ich habe einen Ort für euch. Das müsste leicht verdientes Geld sein. Kostet euch aber einen Sovereign. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Mischt euch nicht in meine Angelegenheiten ein. Seid ihr hier, um noch ein Verbrechen zu melden? Ich schwöre, wir sollten das gesamte Viertel abriegeln. Oh, äh, kann ich euch helfen, Wächter? Ihr scherzt wohl. Selbst wenn ich die offizielle Version der Ereignisse in Ostagar glauben würde, so bin ich doch kein Narr. Würde ich meinen Männern befehlen, euch festzunehmen, würden sie sich nur in den Armen ihrer Kurtisanen ausheulen. Ich könnte hier alleine darauf warten, aufgespießt zu werden. Stört einfach den Frieden auf dem Markt nicht. Das genügt mir. Willkommen, Freunde. Willkommen in Wade's Land. Wir haben die besten Rüstungen in Denerim, vielleicht sogar in ganz Ferelden. Womit können wir euch dienen? Natürlich. 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 Untertitelung. BR 2018 Es ist gut, das sofort zu erledigen. Harry, die blöden Kunden nerven mich schon wieder. Wofür bezahle ich euch eigentlich? Verzeiht, verzeiht. Wade ist ein Genie. Seine Arbeit wird euch erstaunen. Aber er führt keine Kundengespräche. Wenn ihr etwas braucht, sprecht bitte mich an. Und sagt ihr, sie sollen mir auch nicht so kuhäugig über die Schulter schauen. Ich muss nachdenken, verdammt nochmal. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich frage mich, was euch eigentlich... Ich frage mich aus. Zwergenhandwerk Und er passt besser zu euch als irgendetwas anderes, das ihr in dieser Stadt finden könnt. Ich sage euch, was ich weiß, aber ich verkaufe grundsätzlich nichts, was mir nicht gehört. Die größte Neuigkeit ist das Lanteng. Jedes verstaubte Anwesen der Adeligen lüftet durch und wartet darauf, dass der Lord in die Stadt reitet. Jedes dieser Stücke trägt das Qualitätssiegel des Vaters meiner Frau, des besten Schmiedes in ganz Denerim. Hey, die Wunder von Thedas. All Eamon hat mir hier mal eine kleine Golem-Puppe gekauft. Als ich klein bin... Einmal richtig klein. Einmal richtig. Sohn gut. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Aber selbstverständlich. Ich kümmere mich darum. Aber selbstverständlich. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr wenig schneller anwursen müsst? Willkommen bei den Wundern von Thedas. Wir führen Gegenstände aus der Fertigung des Zirkels sowie zahlreiche Antiquitäten. Möchtet ihr euch etwas davon ansehen? Möchtet ihr euch? Das war es dein Stuhl. Ja, was ist? Mach das kurz. Merkwürdig. Lass mich mal sehen. Ich wusste es. Ich habe dem Mann die besten sieben Wochen meines Lebens geopfert. Nun, ich schätze, jetzt muss er mich nicht mehr herumschubsen. Ha! Hier bedrängt sich der Adel. Und findet heraus, wer von ihnen sich selbst am wichtigsten nimmt. Schon gut, schon gut. Gute Zeiten. Meine Schicht ist bald vorbei. Andraste sei Dank. Viel los heute. Vielleicht kann ich es ja mal versuchen. Was darf es denn sein, Fremde? Natürlich. Seht euch einfach um. Wie geht es? Was darf es denn sein, Fremde? Was darf es denn sein, Fremde? Ich hatte von Zeit zu Zeit Besuch. Was? Besuch? Will ich das überhaupt genauer wissen? Nein, ganz sicher nicht. Was liegt an? Was darf ich noch? Was darf ich? Untertitelung des ZDF, 2020